Ich habe eine Heilung in denen. Ich habe eine. Oh, einer hier unten. Der gibt mir direkt einen Hadee. Ich habe keine Sicht mehr. Ach, das hat man mir geklaut, kann das sein? Der ist rechts hier hinter. Alle drei raus, komm. Okay. Ich dachte mal, wieso erzählt das mir als dreimal, ja? Ich habe es doch kapiert. Das ist Sparks, Sniper. Aber kannst du mich aufheben, bitte? Ach du Scheiße. Schon wieder. Kann ich ihn da aufheben? Nein. Nee. Oh, dahinten. Oh, da hinten. Er ist tot? Nö. Der hat doch voll geschrien, ey. Von Cypress kommt wieder wahrscheinlich. Ey. Ey, habe ich nicht meine Flugspolze genutzt? Nee. Ja. Der hat auf jeden Fall Fächern da hinten gehabt. Mhm. Einer von denen, die kommen. Von Cypress kommen die, ja? Ja, da ballern sie doch, hörst du doch. Ach, Cypress ist ja da. Oder ballern da immer noch. Ich verbanne. Tu es. Okay, vielleicht solltest du wieder hin kommen, Pascal? Oder willst du den Heldentot sterben? Ich will immer den Heldentot sterben. Ich will immer den Heldentot sterben. Da wird ja irgendwas gespawnt sein bei uns noch. Ach. Ach. Carsten, wo kommt man denn noch rein, ohne Fallen auszulösen? Mhm. Bei dem Loch. Soll ich immer sagen, man kommt hier so rein, ohne die Falle zu berühren. Carsten. Ja, woran liegt das? Ja, weil du die zu weit von der Tür weggemacht hast. So, naja. Geht's dafür nicht immer. Wir können im Prinzip nach Catfish gehen. Wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Wo? Hier hinten am Zaun. Bei 30. Oh. Einer hat nen Hit gekriegt. Besser war gerade noch. Ja. Ja, die sind alle. Manche sind sogar noch näher dran. Aber alle am Zaun so ungefähr. Und wieder einen getroffen. Am Baum circa. Pascal. Ich streich's auf dich. Ja, dankeschön. Das sind Informationen, damit man weiß, wie oft die getroffen worden sind. Aber natürlich. Viel Heilung die nehmen. Ich hab eine schon. Hast du einen? Mhm. Oh, ich hab gar nichts gehört, naja. Oh, ich versorgt. Mit ähm. Ja, stimmt. Die sind beide jetzt hier irgendwie. Wer will vielleicht ablenken. Mhm. Hier unten ist einer. Der gibt mir direkt nen Handy, ey. Oh, einer hier unten. Der gibt mir direkt nen Handy, ey. aus der Hüfte. Von vorne vom Tor oder von hinten? Hinten. Seitentor. Seitentür. Glaub ich wie er wach küssen? Weiß ich nicht. Der ist unten drin, ne? Ne, das glaub ich wieder raus. Was? Drei, zwei, eins. Das war das Phantom gewesen mit den Uppercut-Fächern. Fächern. Ich hasse das in der Bude. Das ist ja rausgehend. Ich guck auch einmal um uns. Ah, ich hab keine Sicht mehr. Ach, das hat man mir geklaut. Kann das sein? Das hat ein anderer. Ach so. Sag mal, habt ihr da zugelassen, dass mich... ...mich einer lootet? Hä? Nö, ich bin auch gleich runtergesprungen. Alter, krass. Ich hab bloß noch nicht gesehen, dass... Ich guck doch mal, wer das Bounty hat. Das hat der Gegner. Scheiße. Ja, wie habt ihr das denn hingekriegt? Keine Ahnung. Oh, das ist heftig. Ach, dann Falle. Ja, da ist er auch durchgekommen ohne... Oh, da ist er schon wieder, ey. Mit seinen scheiß Fächern. Wer kommt? Du bist doch... Warum hab ich den nicht getroffen, ey? Hier zwei Stück auf meiner Seite, seine Tür. Einer links. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist der mit dem Bounty, der uns das geklaut hat. Er ist am Rennen am besten. Sehr gut. Auch einer tot. Auch einer rechts, meine ich. Wartet da draußen nicht, dass Bounty? Ja, warte, warte, warte. Ich guck einmal kurz. Der ist rechts, hier hinter. Alle drei raus, komm. Gut. Ja. Was ist der andere? Das waren alle drei. Er hat jetzt eigentlich alles ein Bounty. Ich hab ein Bounty. Ich hab ein Bounty. Pascal, du nicht? Ich hab ein Bounty, hab ich doch grad gesagt. Also Pascal nicht. Ich habe ein Bounty. Immer noch. Ja. Ich weiß. Ja und warum sagst du immer, ich habe kein Bounty? Was? Achso, achso. Und warum sagst du jedes Mal? Ja, also hat der Pascal kein Bounty. Ja, sag ich mal, durcheinander gebracht. Ich meine natürlich Carsten. Du hast doch dreimal verstanden oder so. Ich hab's nur überlegen, ob ich Carsten bin. Nee. Ich bin ja gar nicht Carsten. Ich dachte, ob will der nicht fach? Ich hab's nicht gecheckt. Also ich hab immer einen falschen Namen gesagt. Ja, durchgehend. Mhm. Ich dachte mal, wieso erzähl das mir als Dreimal, ja? Ich hab's doch kapiert. Doch, da ist einer. Warte. Da kommen bei mir, glaube ich, welche. Ein Schwarzmantel da hinten. Richtung nach Westen, sag ich doch. Ja. Hat einen Hit bekommen. Ja, ja. Weit weg. Genau, ungefähr. Oh. 120 Meter. Das ist Sparks, Sniper. Aber kannst du nicht aufheben, bitte. Links von Orwa. Links von Orwa, SD. Ja, die sind's bleiben. Denk an die Fallen, bitte. Mann. Mann. Die KD ist. KD, warte. Hä? Warte, krass. Gleich geht's los. Wie hat der? 990. 1,14. Danke. Bitte. Also, wie gesagt, denk dran, der Sniper. Hier links sind auch zwei, ne? Das werden die anderen von denen sein. Die sind auf 165. Dann müssen wir erstmal die machen. Die gehören zu den einzelnen, denke ich einfach. Weil der andere Sniper das scheiße. Wie viel, was hattest du? 165? 165. Kräft die einfach nicht. Ich nehm mal die Sicht. Da muss ne Windfeel haben oder auch in sowas. Ja, ja. Einer hat Schalldämpfer irgendwas. Ach du Scheiße. Schon wieder? Wieder, wieder. Oh, der ist wieder... Der ist gekreist, ey. Der ist ja im Sniper. Der ist ja hier da. Kannst nicht aufheben, muss bloß unten bleiben. Also die Duck bleiben. Die sind sowas hier. Eins, schon mal eins, vier. Ich hab eine. Schön. Die weiße oder die blaue? Die weiße. Markier mal, bitte. Die blaue war da ungefähr auch, richtig? Ich markier mal. Kann ich ihn aufheben? Nein. Ne. Gerade ist schlecht. Okay. Jetzt sind wir der Sniper, müssen wir aufpassen. Ja. Jetzt kann ich mal kosten. Ja, sehr schön. Ja, danke. Hoffe ich. Ja, kannst du. Es ist mein Südwesten. Muss bloß runter gleich. Genau. Äh, wir brennen ihn einfach ab. Mhm. Wir haben ja eh scheiß Waffen gehabt. Danke. Bitte. Scheiße. Der trifft da auch noch. Drecks Typ. Mist, die sind immer leider davor. Ach, wo ist der? Ja, am Hügel. Am Hügel links. Links. Da, genau. Wo ich gestorben bin, hinter diesen Hügel. Ja, also da. Also, ich würde ungefähr mal ein bisschen dahin gehen, sonst, ach, weil das immer leid. Weil der sonst nicht das Bounty nimmt und kann natürlich besser sehen, wo er ist, ne? Ah, von dir jetzt, oder wie? Ja, von mir das Bounty. Okay, hab dich am Visier. Aber ich habe keine Sicht. Hä? Seht ihr ihn ja an? Doch, der ist links. Äh, Matthias, der ist Richtung 200 Grad ungefähr. Okay. Alter. Schieß ihn einmal kurz an, dann ist dir. Da oben ist ein Zombie-Agro geworden. Was ist hier hinter? Das ist jetzt 180 Grad. Mann! 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 Oh, da hinten! Oh, da hinten! Oh, da hinten! Wo, wo, wo? Erhebt Carsten, Pascal auf! Ja! 3, 2, 1! Bitte nicht auf mich schießen! Ok, wir wissen wo er ist! Wo ist er? Kannst du mir markieren? Wo er hinter dem Holzstapel ist 150 Hab ihn gesehen Tod Der hat doch voll geschrien Jetzt ist er tot Jetzt Der hat wiederbelebt Die gibt's wieder alle, die sind alle wieder da Die wollen den wiederbeleben Hm So Ja Aber einer fehlt noch Ist er bei euch? Hier an den Bäumen Ich komm hier nicht weg, weil die scheiß Falle von Carsten da drin ist Und hinter mir ist Gift, ey Ich komm hier nicht weg Am besten Willen nicht Hab ihn doch Okay, das war gut Drecksfallen immer, ey Das gibt's nicht Ich komm hier nicht mehr raus Das ist doch super Ja, ich hab ihn doch schon Glutungsfalle Die Stachelfalle Jaja, und ich kann die nicht lösen, weil die direkt so an der Leiter ist, dass ich immer die Leiter dann runterlaufen Achso, du kriegst ja in eine Sekunde, wenn du ihn tötest, ne, irgendwie Nein, wenn du den, äh Wenn du den lootest Achso Hier ist der andere So, ich guck nochmal, eh mal Ich hab grad geguckt, also bei mir ist nichts Ja, ist klar Lass das dran gehen Ahja, und die Splittergranate haben sie ein bisschen schwächer gemacht So 100 Schaden auf 150 Ja Pascal, kommst du? Schade Jetzt aber mehr Blutungsschaden Ja, wie viel habt ihr noch? 17 Schaffst du Ah, kannst du fänden Ah hey Ah 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 Untertitelung des ZDF, 2020